Okay, seid ihr bereit? Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin bereit So, Leute, wir kommen zurück zu einem neuen Video Und heute mit zwei Ehrengästen Und zwar einmal den Flo Moin Und den Fabian, der irgendwie keine Augen hat Ich würde sagen, wir spielen heute ein bisschen Internet Games Und zwar ist es eine neue Serie, die wir hoffentlich durchziehen werden Nicht so wie andere Serien Wir haben jetzt uns gedacht, wir machen ein neues Format Oh, Fabian fängt direkt an, der da gut zeichnen kann Ja, Leute Die Linie in der Mitte soll eigentlich gerade sein Nein Acker Acker Was? Nice Nur durch das Sweaten, oder? Ist sowas von Sauna Das sollen diese Brettteile sein Die sind aber ganz schön hoch rein Die war nicht Ähm Ja, ich hatte das ein bisschen Oh, fuck Auf jeden Fall kein Like Like das Video Was ist das denn? Ich wollte erst gucken Hä? Hä? Das Gesicht Steven Es geht um die Person Es reicht Es reicht Feuer, Feuer, Feuer Stein, Stein, Stein Ja, was fliegt denn da weg? Gurken in einer Sauna Das ist da Ja Er schreibt direkt Sauna rein So, es geht aber basically eigentlich um Diesen Typen Und um Diesen Ist es da oben Vogel? Oh Was? Ja Ich bin reich Du musst an den Typen denken Shit Ich hab doch ganz am Anfang gesagt Es geht basically um den Typen Alles klar Jesus Kreuz Ja wahrscheinlich Oberteil Ah ja gut, allgemein da war ein guter Tipp Ja Man ich kann so gut zeichnen Alter Keine Ahnung Ich hab kein Problem, das ist ein Schimmer Gasse Ah Gasse Googelt Googelt Ja, aber das ist doch Ja, okay, das ist schwierig Nein Ich hab Stricke im Kopf Ich hab Entfernungen Ich hab sonst was Aber da ist das S Das triggert mich Es ist nah dran Nein Distanz Okay, das nächste ist easy Ihr müsst jetzt schnell sein Was? Das ist doch kein Skateboard Mann, wie soll man das denn zeichnen? Du hast gesagt Was? Das sieht aus wie ein Schlitten auf den Füßen Das ist doch kein Schlitten Was ist das? Mann, Jungs Aber du schubst doch nur ein Rad Ach stimmt Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Scheiße Feuerball Wir gehen Leute Fahr mit an On the road again On the road again Ja, die waren halt besoffen, als sie diese Straßenmarkierung gemacht haben Basically geht es aber um den Typen Den Porsche Cayman S Ja genau, es geht um den Porsche Cayman S Was ist das denn, Alter? Das ist eine Endemode Das ist Zukunft Also ich markiere das mit Zug Und in der Vergangenheit Damit ihr ein Bild davon habt Was passierte Was passierte Was passierte Genau Sprachen lernen Ich meine Ja Mann, ich wollte es gerade schreiben King Ah, ja Ah, ja Und dann eine Fahne zeichnen Aber geht das schon Ah, das war neu Einfach geraten Was soll das? Steffen Ehre, das ist ja mal mega easy Wenn du daran denkst, dann ist es echt easy Hotel Tivago Moin Ja, moin Das erste Mal, wo Farben richtig geil gezeigt hat Das war das Dreck erkannt Was zur Hölle? Falscher Stift Falscher Stift Lya hätte jetzt gesagt Der weiße Strich bei der Bank Oder was auch immer das da unten sein soll Irritiert mich Ja, moin Zimmerpflanze Ah Zimmer und das war eine Pflanze Was? Das ist gar kein Ding Gar kein Ding Das ist echt easy Das würde mich unter Druck gesetzt Ja, finde ich gut so Unter Druck Blühe ich auf Wie zur Hölle Kommt man da Instant auf Vulkan Das hätte gar kein Sinn Dass man da direkt auf Vulkan kommt Denk an Lya Lya hat auch Einfach Direkt Keine Ahnung Das war's von hier oben Ich sage danke Und gebe ab Zum Kollegen am Spielverband Mit ersten Stimmen zum Spiel Woran hat's gelegen? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ganz einfach Woran hat's gelegen, ja Okay, auf jeden Fall Das war's mit der ersten Folge Internet Games Ihr könnt da gerne in die Kommentare schreiben Was als nächstes kommen soll Ähm Internet Games Aber checkt die Jungs Auf YouTube Auf Twitch Auf Instagram Überall ab Es ist alles unten verlinkt Und ich würde sagen Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Schaut bei Steven vorbei Okay, ich würde sagen Haut rein Bis zum nächsten Mal Macht's gut Und tschüss Tschau 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 Tschau